Jeden Tag zum Beispiel, wenn ich raus bin, sind sehr viele Feuerwehrgeräusche, Polizeigeräusche und irgendwann mit der Zeit dann noch die nervenden Menschen dazwischen. Irgendwann drückt es ja. Wenn man halt schwer einschätzen kann, was wollen die anderen von einem oder eben auch so Gesprächssituationen, wenn man als Autist dann auch nicht immer mitbekommt, wer ist wann dran sozusagen. Diese ungeschriebenen Regeln dann nicht so mitbekommt und das kann eben auch sehr anstrengend sein. Es ist nicht auf den ersten Blick wahrscheinlich sofort zu erkennen, dass ich Autismose habe. Wenn man mich näher beobachtet, mich näher kennenlernt, danach im Gespräch merkt man das dann wahrscheinlich an solchen Sachen, wie dass ich Schwierigkeiten habe Augenkontakt zu halten zum Beispiel oder dass die Mimik nicht so stark ausgeprägt ist und ich auch Schwierigkeiten habe Mimik bei anderen zu erkennen, Gesichtsausdrücke. Früher war ich in der Schule, weil früher war ich schneller gereizt und so weiter. Jetzt geht es. Also ich bin jetzt nicht so schnell gereizt und kann jetzt meine Art und Weise auch kontrollieren, dass man keine Kurzschlussreaktionen hat oder so, Impulsreaktionen. Ich sage immer, ich habe meine Stamte in den Kopf. Aber es sind jetzt nicht alles diese Genies. Es sind nicht alles, nicht jeder Autist hat ein fotografisches Gedächtnis und eine Hochbegabung. Es gibt genug, die durchschnittlich oder unterdurchschnittlich begabt sind. Was mich bis heute auch immer noch bedrückt, dass sie sagen und denken nach Autisten, die können eh nichts, sie sind echt dumm. Ich sehe das eher so, dass Autismus was ist, was mit Stärken und Schwächen verbunden ist. Von daher sehe ich das nicht unbedingt als Beeinträchtigung oder Behinderung. Was ich mir am allermeisten wünsche, dass die Arbeitsämter, dass sie auch endlich ein Herz für Autisten haben, dass sie sich auch bitte mehr einsetzen. Und weil ich aus meiner Erfahrung kenne auch, dass alle oder viele überhaupt nicht für Autisten geschult sind. Und da ist es immer dieses Problem, vor allem das Amtsdeutsch, Behördendeutsch. Und damit habe ich auch große Schwierigkeiten. Im Sinne der Inklusion dann eben auch die Unterschiedlichkeiten akzeptieren, dass man nicht von der Norm ausgeht, an die sich dann alle zu halten haben. Und die Leute aber so zu nehmen, wie sie sind. Ich persönlich wünsche mir, wie gesagt, eine bessere Teilnahme an der Gesellschaft und nicht so viele Vorurteile. Also keine Vorurteile über den Menschen zu machen, über den man nichts weiß. Danke.